Ich freue mich, dass ich hier sein konnte mit euch gemeinsam hier, Lean Community. Ich bin zum ersten Mal hier, wir fanden es ganz toll, ganz viele Kollegen von euch kennenzulernen. Und es war eine super Veranstaltung. Wir kommen nächstes Jahr wieder, das wissen wir jetzt schon. Und ja, wir sind uns sicher, dass wir mit unseren Produkten, gerade im Bereich Digitalisierung, mit den analogen, persönlichen, internen Möglichkeiten euch sehr gut unterstützen können. Wir freuen uns. Ja, also die Veranstaltung finde ich sehr gut, weil im Prinzip ist es eine lockere Atmosphäre, nicht gezwungen. Du kannst mit denen in Kontakt treten. Und besonders du lernst natürlich viele Leute kennen. Das heißt, ein gutes Kontaktnetzwerk, ein bisschen Weiterbildung ist auch dabei. Wir haben gute Kontakte geknüpft und ich weiß, dass ich euch weiterempfehlen werde. Und auch nächstes Jahr kommen wir wieder. Ralf, herzlichen Dank dir und Nadine für den ganz tollen Event. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, ohne Tage als auch abends beim Event als solches. Vielen Dank, bleibt so wie ihr seid und bitte Ralf mal noch ein bisschen weiter. Nicht nächstes Jahr zum letzten Mal, sondern zum ersten Mal für dein neues Konzept. Weiter so. Danke, gell? Ciao. Tschau. Musik Untertitelung des ZDF, 2020